Wollny Traumpa vor der Trennung? Auwa bei Lavinia Wollny und ihrem Verlobten Tim hängt der Haussegen mächtig schief. Eigentlich wollten die beiden endlich heiraten. Doch kurz vor der Trauung und der Taufe ihrer beiden gemeinsamen Kinder ist Lavinia ausgezogen. Sie wohnt jetzt wieder bei Mama, und hat die Hochzeit abgesagt. Was ist da vorgefallen? Darum bläst Lavinia Wollny die Hochzeit mit Tim ab. Wollny Familienoberhaupt Silvia will Klartext von ihrer Tochter hören und führt ein Vier-Augen-Gespräch mit Lavinia. Warum hat sie ihre sieben Sachen gepackt und ist bei ihrem Verlobten Tim Katzenbauer ausgezogen? Nach dem romantischen Antrag vor rund zwei Jahren wollten die beiden doch eigentlich heiraten. Und nun sitzt Lavinia mit ihrem jüngsten Sohn Linus wieder zu Hause bei Mama. Da hat Silvia natürlich nicht nur Sorgen, sondern möchte auch wissen, was da mit dem Vorgefallen ist. Warum habt ihr euch denn gestritten? Worum ging es? Tja, ihr Liebster zockt aktuell lieber als Zeit zu zweit mit Lavinia zu verbringen. Zu Hause gäbe es nur noch Diskussionen und Streit. Das Paar hat neben den Vorbereitungen für die eigene Trauung und die anstehende Vier-Fachtaufe im Hause Wollny auch noch die Bude renoviert. Und zwei kleine Kids haben sie auch noch zu versorgen. Alles mega stressig, findet Lavinia. Das ist die Beziehung zu Tim in letzter Zeit auf der Strecke geblieben. Am meisten nervt sie aber die Scheißzockerei ihres Verlobten. Jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt kann er mich mal kreuzweise. Ich möchte meine Zeit haben, um über alles nachzudenken. Die Hochzeit, habe ich ihm gesagt, blase ich klipp und klar ab. Die Wollny-Hochzeit liegt auf Eis, ein anderes Großereignis findet aber statt. Die Situation zwischen mir und dem ist kacke, resümiert Lavinia. Sie ist vorübergehend ausgezogen, um sich Gedanken über die Zukunft zu machen. Aktuell will sie nur das Nötigste mit ihrem Verlobten besprechen. Die Hochzeit fällt ins Wasser, aber die große Wollny-Taufe soll trotz aller Probleme stattfinden. Mama Silvia ist froh, dass ihre Tochter die Beziehungsnotbremse gezogen hat. Und natürlich hat die Chefin des Wollny-Clans auch einen Rat für Lavinia, wie ganz oben im Video zu sehen ist. Und natürlich hat die Beziehungsnotbremse gezogen, wie ganz oben im Video zu sehen ist.